Andi ist natürlich schon unser Sherlock hier. Wir nennen Andi jetzt nur noch The Brain. The Brain! The Brain! The Brain, wir holen die Geld hier! The Brain! Achso... Cool, jetzt sind wir alle zusammen. Crusher, sag' mal noch mal weiter. Ja, ich bin da. Ja, ich bin auch da. Tato! Da, sind sie noch alle da? Tato? Da hat siehst du angeheilt. Ja, ich bin da. Achso, ja. Xartex schießt die ganze Zeit. Wir haben die ganze Zeit auf Xartex gewartet. Was soll das denn? Das ist'n das, Mann. Das ist Xartex. Was? Xartex. Wo ist Xartex zu... Was ist Xartex? Xartex spielt ja noch mit. Ich geh' jetzt. Tschüss. Von mir aus kann doch Xartex sein. Guck doch mal... Ich hab jetzt noch mal... Das ist gut. Boah, endlich mal. Jetzt wieder 73. Boah, ey. Das ist echt geil jetzt. Boah, ey. Boah, ey. Boah, ey. Mein Internet ist so schwul. Ist so schwul? Meinst du es hetero? Ja, das ist Internet. Meinst du es? Brauchst du eigentlich, um ein Video hochzuladen, Andi? Ja, je nachdem. Fünf bis acht Stunden. Boah, was hast du für ein Upload? Boah, Andi? Dann langsam. Das sind meine Verhältnisse von früher bei einem Pokémon Video von 20 Megabyte. Boah, ich sag euch ja. Ich freue mich, wenn ich jetzt bald meine 10.000 Ableitung hab. Fühlt nicht so ein Verstärker ab. Meine Ableitung. Ja, scheiß auf die 10 Euro Monats. Ja, ich weiß halt nicht. Es kommt halt darauf an. Ich weiß nicht, was ich für 1 und 1 dann im Endeffekt habe an Upload. Nicht, dass ich Zeidel. Ich stehe hier neben dir. Also fast auf dem Dach. Ja, oben. Zeidel! Das ist wirklich ganz gefährlich, was der Ender macht. Ach, dann geh ich, Max. Fittig. Na gut. Wieder ein Roof? Boah! Aber ey, du redest mir die ganze Zeit nach! Nein, ich hab den Zeidel grad angeschaut. Der ist hinter dir. Ja, ich bin runtergefallen. Ohne Spaß. Der MMO gegen EGR und so. Ich war trau... Hat der bestimmt wieder runtergefallen. Oh, ey, ja. In der Hinsicht. In der Hinsicht. Trau hier niemanden. Trau hier auch einmal nicht. Andi, bist du noch da? Ja, der sucht doch schon die ganze Zeit wieder. Was? Ja, wie war das? Ja, wie war das gerade mit dem Verarschen? Was ist Andi? Was ist Andi? Ich zoome nicht. Ey, ich hab keine Ahnung, wer es grad ist. Das ist echt schwer. Das erinnert an. Gregor! Ja, ja. MMO IG. So, wer mich fände des Freighter. Was? Was hab ich gemacht? Oh, Zeit. Little Scout-Heads. Irgendwie sehe ich gar keinen von euch. Ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Hallo? 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 Ja, ich muss erst mal treffen. Wer mich fände des Freighter. Und wenn ich auch noch... Weißt du, sich ja nicht Atmen anhalten, sondern Wusten halten hier bei mir, ey. Ich hab jemanden... Seto, das hab ich gefunden. Seto ist oberes Dach grün. Oberes Dach grün. Wenn's geht, nicht alle durcheinander reden. Dankeschön. Wer redet denn hier durcheinander? Hallo? Hallo? Ich hab's mal ernsthaft hier, ne? Der Friendship Beam... Wow! Oh, der ist ja echt mal so gewesen. Was war das? Neben mir! Friendship Beam ganz nach hinten rechts. Auf wen? Also der... End ist tot! 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 Ich glaube jetzt zu End... Der ist in seinen Friendship Beam gelaufen. Warte mal! Hier ist neben mir Tastung Browser. Wenn ich sterbe, ist End... Oh Gott! Du wärst fast reingelaufen. Äh, ich mein... Ja... Äh... Seto... Das war jetzt nicht... Ihr seid Profi... Profi... Ja... Das ist ja wohl der Xartix, ne? Der wurde auch nicht. Dann ist es Triker. Ja... Freak hast nicht da. Es ist... Anders. Dann bist DU es! Ich bin gar nix. Ich bin gar nix. Abo! Ich bin gar nix. Äh, Flick und Flick! Pssch... 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 Oh... Ja, Mann! Ey, ich... Ey, so geil, ey! Ja, geil! Crasher! Toll, Seto, was hast du gut gemacht? Ihr habt euch beide gleich hingestellt! Da konnte ja sogar echt nicht mal fehlen! Ich dachte, Seto wäre noch durch das Beam gestorben. Jetzt werde ich gest... Die haben jetzt eigentlich weggemacht von euch noch. Also das wäre echt gut von Zweite. Ja, End, du warst Traitor, ne? Ja, natürlich war ich Traitor. Wer hat denn den Friendship Beam platziert? Der konnte ja gar nicht zielen. Ja, aber wer hat den denn platziert, den Friendship Beam? Weil der konnte ja gar nicht zielen. Ach, dein Kollege hat dich getötet. Ja, weil er reingelassen ist. Hä? Nein! Ich wurde von End, End hat mich doch erschossen. Ja, ja, aber der Friendship Beam war von mir. Aber mit dem konntest du nicht zielen. Ich hab auch nicht durch den Friendship Beam gestorben. Ich hab dich angeschossen, End, und du bist dann durch den Vollstand gestorben. Ja, eben. Ich hieß schon jemand. Konfuse Story. Sartex und, äh, Craggy. Gibt's doch gar nicht. Was heißt der Craggy? Der Craggy heißt ja schon lange. Nee, nee, nee. Nee. Alter, Andi, das war verdammt knapp. Ich stand da gerade noch vor. Ich stand da aber gerade noch vor. Andi KOS, Andi KOS. Was? Ich stand da. Wow, ich dachte, jetzt fallet dir einfach einer los. Seite ist runtergefallen. Seite, lebst du noch? Das war keine zwei Meter. Achso, okay. Steht alle auf dem Fleck. So gefällt mir das. Friendship Beam. Wow! Wow! Okay, Xartex. Äh, Xartex, was mir bei Enden angesagt hat. Andi KOS hat es nur nicht gemacht. Xartex war, ich hab gerade Xartex weggemacht, der war innocent. Toll. End, end. Toll von euch. Vielen Dank. Domi. Ja? Ach, da ist er inne. Normalerweise hört man das doch nur als Traitor, oder? Ja. Oben ist Seite, pass auf, der schaut auf uns. Ich schaue schon die ganze Zeit auf euch. Ach da? Wow. Ich stand auch neben dem Friendship Beam. So, ich geh jetzt auf die ferne Insel, jeder, der mir zu nahe kommt, stirbt. Ja, Xartex ist tot. Ja, weil Andi den weggemacht hat, aber Xartex hat den auch angesagt. Ja, ihr habt gesagt, ich soll den weg... Nicht dein Ernst, End. Ihr habt alle gesagt, ich soll den wegmachen. Dann mach ich den weg und dann tötet er mich, weil er innocent war. Ends hat einfach nicht schnell genug verstanden. Leute, ich hab jetzt gar nicht geguckt. Also, von mir aus könnt ihr mich wegmachen, aber wenn ihr mich wegmacht, dann ist dumm, weil ich innocent bin. Ja, wir haben's gut auch. Hallo. Andi kann doch jetzt die Verwirrung genutzt haben, um ihn wegzumachen. Och, endlich war ich noch nicht geschont. Ihr habt doch gesagt... Ich hab's, hab ich geschossen? Nein! Du hast nicht einen Schaden gekriegt. Ja, aber du hast doch daneben geschossen. Du beziehungsweise, du hast geschossen. Alter, aber was... Wenn du am Ende geschossen hast, dann... What the fuck? Ist es jetzt Crasher, ja? Das nur 48 Leben. Ist es bei euch auch so, Nebel? Also, ich weiß es nicht. Ich dachte, er hat auf mich geschossen, aber dann hat er wieder so rumgeweiht hier. Hm, little crybaby. Jaja. Jetzt schießt ihn halt dann ab. Irgendjemand hat Crasher die ganze Zeit angesagt. Ja, ich hab ihn jetzt gerade einmal abgeschossen. Er hat mich gerade angeschossen. Was ist das? Ja, natürlich wollte er rum. Also, konfuse Geschichte. Komm her, du Bitch. Wer schießt denn da jetzt gerade auf wen? End ist tot, End ist tot. Ich schau mal, ob der... Was war das denn? What the fuck? End hat sich gerade selbst umgebracht, kann das sein? End ist Traitor und hat sich gerade... End hat sich gerade selbst umgebracht mit irgendeiner Sub-Raum-Explosion. Achso. Okay, Seto, dann sind wir beide Inno. Riko, du wirst es, ne? Dann sind wir... Okay. Ey, da muss Crasher erst seinen großen Bruder holen, damit er was alleine hinbekommen ist. Er ist von alleine gekommen. Achso, ey. Da muss er jetzt seinen großen Bruder holen. Ey, aber Zeitelt, das ist okay, ne? Das war nachdem du gestorben bist noch. Ich hab End und gesagt. Wie du mir nachredst. Andi. Und End hab ich gesagt, hast du aufgeschossen. Andi, Minus 2, ne? Ja, ich muss ja jetzt was machen. Ja, alle haben gesagt, ich soll dich killen, hab ich's gemacht. Jetzt warst du Inno. Nein, wir haben gesagt, ich bin es, aber niemand hätte gesagt, dass du nicht killen sollst. Doch, das hat Zeitelt oder so gesagt. Ach, Mann ey, diesmal läuft es nicht so als Traitor für mich. Ja, weil man das normalerweise nur als Traitor hat, diese Anfangsmusik, aber auch nicht. Er hat halt den Frönscher-Beam angesagt. Ich weiß nicht mal, wie man den Beam macht, das ist... Jetzt mal noch als Inno sind. Links-Klick. Nein, 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 weg. Ich mach das kaputt. Oh, fuck, Alter, ich schenk im Wasser fest. Hab ich schon erwähnt, dass ich innocent bin? Hab ich schon erwähnt, dass ich... Guck mal, das zahlte die Schmerzen. Zaun! Kennst du das Wort? Zaun! Kennt ihr das, wenn die von Dach springen wollen, auf einmal so eine scheiß Leiter kommt oder einfach einen Arsch fickt? Hast du, du hättest einen Arsch gefickt? Scheiß Leiter. Ja, ich bin halt da mal hängen geblieben. Trasher, hau ab von mir. Da ist nichts. Hallo End. Trasher verfolgt mich die ganze Zeit. Ey, ich tot bin, ich ist das Crash-Eye, deswegen rede ich jetzt einfach die ganze Zeit, damit ihr wisst, dass das Crash-Eye sein wird. Ey, ich glaub das bringen seit Stunden nicht mehr hinter dir. Hä, was ist mit mir? Irgendjemand hat meinen Namen gesagt. Ich schließe auf den Tee, Tee! Nee, Tod! Nee, Tod ist es! Oh Gott. Wow! Hilfe! Stee, Tod ist tot. Bashar of. Andi, 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 Undio. Ach man, End, ich hab nie gedacht, dass der reinbrenzt, man. Warst du grad im Traitor-Shop? Ich wusste nicht, wo ich mich verstecken soll. Geil, ey. Alles tot. Ah, alles tot. Fett ist auch. Paradies. Das Problem ist, ich kenne die ganzen Traitor-Sachen nicht. Ich muss sie gerade erst mal durchgucken. Wie kommt man denn eigentlich zu dem Kuchenraum? Wisst ihr das? Was? Kuchenraum? Ja, man muss... Ich meine Masel. Scheiße. Gott. Mit dem Kuchenraum? Sag mal Masel. Ich muss mich unbedingt mal mit dem Kuchen. Ich muss mich unbedingt mal damit auseinandersetzen mit den ganzen Traitor-Sachen. Ähm. Endkomma zu dem Hose. Wieso sollte ich dir vertrauen, dass ich jemanden hinkomme? Ist preparing. Ja, jetzt nicht mehr. Wenn einer auf der TNT schießt, ne? Ach man. Wer hat mir schon wieder geinstigert? Man. Crash, geh weg. Crash, ich bin hinter dir. Crash ist bei mir, wenn ich drauf bin. Achso. Seto, hallo. Aua! Wer war das? Ich war es nicht. Er hat geschossen. Ich habe doch keinen Schaden bekommen, aber das war stark neben mir. Xartex war es bestimmt. Ja, Xartex war es. Nee, ich habe lacht. Nee, ich habe lacht. Ich will dich mal erst. Warte mal, wenn der Xartex da schon so lacht, ne? Ja komm, wer will mich weg machen? Eigentlich müssten wir ihn abschießen. Eigentlich. Ja, er hat ja scheinmal geschossen. Komm, wer will mich weg machen? Ich mache keinen weg, ey, sonst... Nee, Mann, ich habe so viele Punkte, das geht nicht. Beide du eventuell. Ich möchte gar nicht mehr. Ey, pass, ich schieße mal auf das TNT, ne? Ich will die Map gewinnen. Das geht nicht. Nee, das siehst du nicht. Ich werde gewinnen. Äh, mich finden keine Shotgun. Nix gewinnst du, was? Abgeschossen, was nix gewinnst du? Was für'n Raum? Äh, da ist so ein Enderopter-Portal, da ist ein Kuchen, wer die Map gewonnen hat. Enderportal. Oh ja, der ist generell gewesen. Der hat mir geschossen. Ich? Ich habe auf TNT geschossen. Oh, ich bin runtergefallen. Ja, Quesha, du bist immer ein bisschen so das Mist da oben. Ja. Das, äh... Mito verfolgt mich grad so ein bisschen. Bist du... Hallo? Seto? Lass du mir hinterher? LOCH! Seto ist verdächtig. Warum bin ich verdächtig? Ich stehe hier durch die Gegend, ey. Ich habe gesagt, dass du mir hinterher bist. Ich stehe hier rum, macht gar nichts. Du stehst auf die Gegend. Ja, ja. Du stehst durch die Gegend? Ich habe mich doch über die Gegend. Ach Leute, man. Macht mich nicht fertig. So ein Anbruch. Seidel! Seidel! Hallo, ich überhuste! Alter, der schießt auf mich! Seidel! Ich hab nur hustet, Mann! Ja, das weiß ich doch nicht! Ich hab das schon einfach immer! Du hast doch gehört! Ich hab's ja auch nicht angesagt! Wie... Wusstest du nicht? Okay, ich hab nicht gehört. Ich hab grad selber geredet. Also Seidel ist jetzt... Seidel ist jetzt... Seidel ist jetzt Traitor oder was? Ich bin nicht Traitor. Ich wurde nur abgehauen und dann hab ich gehustet. Seidel ist Traitor. Ja. Ey, Seidel, wenn ich Traitor richtig getötet, hättest du auch verdient gehabt eigentlich. Seidel, du bist... Ich bin kein Traitor! Noll! Oh! Er war Traitor! Cool! Ich bin voll der Kombinierer! Noll! Ja, dann ist Seidel. Ja, dann ist Seidel. Ja, dann ist Seidel. Ja, dann ist Seidel. Ihr habt alle gesagt irgendwas mit Seidel. Abends oder End. Da war doch... Ihr habt die ganze Zeit irgendwas mit Seidel gelabert. Und keiner... Und ich hab 10.000 Mal gefragt, das Seidel ist Traitor. Und ihr habt mir nicht geantwortet. Aha. Dann hab ich jetzt einfach weggemacht. Ja, ich weiß nicht, dass ich... Ja, schön. Ja, warum bist du Pupen? Ihr habt nix gemacht! Ja, beim Bummelblendern mischt, Junge! Nee, nicht beim Plänen, sondern beim Einstellen. Seidel, du bist ein hintereldiger Schweine. Warum bin ich denn? Ich hab nix gemacht. Ich hab wirklich nix gemacht. Du stehst rum. Und dann kommt so... Ja, wenn ich Traitor wäre, hätte ich dich jetzt abgeschossen. Du hast das verdient. Ich drück halt 10. Du hättest es auch verdient. Ich huste, sterbe hier fast mein Leben weg. Und du... Ja? Ey, sorry, Mann. Ich hör das am Husten nicht, wer das ist. Ja, wer hustet hier denn sonst? Ja, gib dir nur 6 Personen, die husten können. Ja, also... Du hast schon seit 10... Aua. Aber ich hab's ja dann rekombiniert. Ja, du hast superkombiniert. Du hast dreimal gefragt, hast die Antwort ignoriert und das mich abgeschossen. Gut gemacht, Andi. Fünf fucking Punkte, ich bin letzter! Weil, wisst ihr was, sind noch zwei Runde. Ich mach jetzt Random Kills auf Vermutung, um Punkte zusammen. Scheiße, scheiße. Ja, ich mach End ist es, tschüss. Also jeder, der mir doof kommt, den mach ich einfach weg jetzt. Wenn auf Sub blöd... End, ich bin hinter dem. Dann glaub ich, dass es End ist. Wenn auf Sub blöd macht es End. Es stimmt einfach... Warum hast du nur 5 Punkte? Was hast du gemacht? Du schießt gleich welche ab und dann sagst du... Ja, der hat mal wieder Scheiße. Wenn du mich weiter verfolgst, mach ich dich weg. Ey, hier wird es gestorben. Hier wird es gestorben. Ich hab Satex getötet. Ich hab's ihm aber angesagt. Warum hast du den? Ihr stand beide auf der Treppe. Ihr seid hinterher gelaufen. Er ist einfach nur über die Treppe gelaufen. Ey, wo hast du das? Das war ich schon. What, ich bin fast tot. Das war auf uns beide gerichtet. Wer war das? Wow, ich bin hier runtergefallen. Weiß ich nicht. Was ist denn jetzt passiert? Wo ist der denn gelandet? Oh Gott, da sind ganz viele Leichen. Alles klar, Andi. Zatex ist tot. Zato. Oh Gott, da schießt jemand. So. Oh Cracker. Ja, Leute, Mann. Ich konnte dran vorbeigucken. Herr Zato, warum bist du in den Friendship Beam gelaufen? Das war doch schon längst weg bei mir. Du hast einfach nicht draufgeguckt. Da seid wir jetzt reingelaufen. Der ist mega lange, der Friendship. Achso, jetzt weiß ich doch nicht. Ich hab gedacht, das lösen das alles. Jetzt hab ich noch alles. Der, der, der kam dran vorbeigelaufen, also dran vorbeigeguckt hat. Oh, letzte Runde. Das heißt, einmal noch ne Runde für Random Kids. Scheiße, Mann. Ja, es war gut. Oh, dann bin ich schon. Schön. Ach, verdammt, ey. Mach mal gleich noch einmal, einmal Dingens und dann erst. Casarico, oder? Ja. Ja, 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 ja. Ja, okay. Ja, okay. Ja, ist klar. Ja. Hat Zatex das Spiel beendet? Hau jetzt ab. Nein, bei mir hat der Sportrat neu gestimmt. Sollten wir ja das Spiel beendet haben. Weil wir da rechts oben was standen und haben das Spiel gestartet. Nein, das hat er nicht, aber das stand da nur so. Wow! Mich jetzt nicht töten, ich versuche gerade mein Kabel irgendwie. Oh. Ja, sorry, Seidel. End hat die Waffe im Arsch. Ja, ja, weil ich hab das auch nicht. Echt? End? Was solltet das? Du bist mit Numentär gelaufen, ich hab dir gesagt, laufen wir nicht mehr. Wann mit Qualität? Und ich hab vorher noch gesagt, ich hab ihn so wenig. Aber ich hätte nicht gedacht, dass du so an dir reagierst und das wirklich machst. Ja, doch. Hör ich, ey, hab's auch fest. End mit seinen Score 2. Nein, da geht was. Ja, ich hatte gerade noch... End hinter dir wieder. Wenn mir einer dumm folgt, den mach ich einfach weg. So einfach ist das. Kann man irgendjemand End folgen und den weg machen? Auf Twitter? Nicht ohne Verdacht. Wie tut man überhaupt diese... Wie geht denn das? Komm, ich folge End jetzt auf Twitter. Ich hab End. Soll ich den weg machen, oder was? Andi ist es! Okay. Ihr habt gesagt, ich soll End weg machen. Alter. Das ist nicht dein Ernst. Okay, war innocent. Dankeschön. Dein Ernst, Andi? Ihr habt gesagt, ich soll den weg machen. Das ist nicht dein Ernst. Das war's mit Andi. Was ist das? Der ist bei Andi. Also da, wo End auch gestorben ist, glaub ich. Ja. Ich geh im Moment confirm. Wo ist denn... Wow! Ich seh Xartex drauf zulaufen. Moment. Nicht da hinlaufen! Ja, ist mir bewusst! Ach, das ist ja echt ewig. So lange. Okay, das ist End. Das ist End. Das ist End. Hallo Seto. Ach, da hinten? Seid! Seid ihr da oben? Ich steh hier schon. Ich hab Hallo Seto gesagt. Also nur noch wir vier. Also sind doch zwei Dingens anlaufen. Wieder? Übrigens. Ja, zwei Trader. Andi war's. Boah, Junge. Das war Andi. Das war nicht. Stimmt, ja. Also es könnte sein Seto und Xartex. Warum können wir das sein? Warum nicht du? Xartex. Weil ich weiß, dass ich innocent bin. Also für mich. Ich bin auch innocent, weißt du? Xartex hauptsächlich ab. Irgendeiner hat gelogen. Sag's dir. Irgendeiner hat gelogen. Wenn du das schon sagst, was du das bestimmt. Lass mich immer schon mal lügen hören. Ich lüge nie. Ich glaub, ich glaub das Seidloch. Wenn ich lüge... DETO! Was? DETO und... Nein! Am Arsch! Am Arsch! Der verarscht dich nur. Der lebt noch. Wer war das? Xartex hat das gemacht, ne? Xartex, die schießt dich ab. Du warst das. Da ist der Seto, sorry. Sorry. Falscher Alarm. Tidal ist das. Xartex. Sag mal, ich schütz dich doch nicht, wenn ich Traitor bin. Ja, aber du hast ne Scout, du hast nie ne Scout, Mann. Ich hab ne M16. Ich hab meine Scout grad weggeworfen. Ich hab's selber eingesehen. Ach... 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 Stop! Rico! 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 Rico's tot! Und Xartex ist... Ja... Ist das? Xartex. 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 Ich weiß von nix. Nein! Komm ich weg, Mann. Achso... Auf Verdacht verloren! Scheiße! Ja, ich hab gewonnen. Ach, Mann ey. 28... Seide. Erklär mir jetzt mal, warum ich End machen sollte. Ich hab nix davon gesagt! Ja, ne? Wir werden am Anfang der Runde einmal... ...aus Spaß... Tschüss! 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 Tschüss!